willkommen zurück ja geht es weiter wir haben gerade so ein bisschen die wikinger aus dem dorf vertrieben jetzt gucken wir mal weiter hier war ja noch die hütte von dem obermufti vom heutigen der wikinger den namen vergessen und hier war ein laden aber man hat eigentlich einiges an kohle mittlerweile warte mal schnell die waffe wechseln dann haben wir noch ein paar fässer platt wo sind wir noch fässer 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 oh ja 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 moment so noch ein bisschen fässer kaputt machen damit ich die nächste nacht das ist ja wahres geld für mich so jetzt okay äh gaunerin nein äh gaunerin da ist sie was macht die gaunerin weiß ich nicht mehr okay die sieht nach macht aua oh was kommt hier oh krass landbesitzer urkunde ähm okay man kann ich auch hier mal schnell mal gucken okay ähm ne da nicht hier also oh Okay, du bist hübsch, ja, ich packe ihn mal nochmal schnell weg, sei mir nicht böse, aber ich habe ja eigentlich eine Heilerin dabei gerade und ich tippe einfach mal, die macht Schaden und überträgt den Schaden, kann man das nicht irgendwo nachlesen? Kann man das nicht? Wieder, so, das war so weit. Nee, den wollte ich nicht. Die wollte ich. Okay. Hinterließ überall Schmerzen und Tod, ohne sich sonderlich Mühe geben zu müssen. Nie zuvor hatte es eine Kreatur wie den Lebenssauger gegeben. Er ernährte sich von der Lebenskraft seiner Feinde und heilte dabei sogar noch seine Gefährten. Mag ich? So, das heißt, nehmen wir doch mal den, jetzt, jetzt nehmen wir mal erstmal diese, äh, verdammt, nehmen wir erstmal diese Gaunerung mit. Die ist bestimmt lustig. Habt ihr mich vermisst? Ja, wie? Okay. Mal gucken. So, oh, oh. Äh. Angriff? Oh. Habt ihr die, habt ihr die Gaunerung so ein bisschen im Blick? Was macht die so? Ah, oh. Oh, oh. Okay. Nicht schlecht. Hält aber auch nicht so viel aus. Können wir mal gerade? Ich bitte mal meine Steuerhauten zurückkommen. Oh man, was ist jetzt los? So, könnte ich bitte mein Gamepad wiederhaben? Ja, jetzt ist es aber ernst, oder? Vielleicht die Batterie leer? Oh, muss ich mal die Batterien wechseln. Kann, Entschuldigung. Kommt in den besten Familienfreund, ich, wa? So, ähm. Also, ähm. 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 Wir. Aufhören. Also, äh, wir spielen den Baden, äh. Der Baden, äh. Da kann ich sogar. Ähm. Moment. Moment, bitte. Äh. Äh. Hallo. So. Äh. Einschalten. Und? Na? Ich bin nicht aufgepasst. Na? Yeah. Da sind wir wieder. So. Ähm. Zurück im Spiel. Weiter geht's. Äh. So. Hallo. Hallo. Let's gehen. Ich muss mal nochmal ein bisschen hier, äh. Äh. Was mach ich denn immer? Ich muss meinen Ratty wieder haben. Lass mal jetzt singen aufhören hier. So. Ich hab meinen Ratty wieder. Und dann hätte ich gerne mal den... Na, also jetzt aber... Nebelzauber. So. Können wir noch... Gibt's noch irgendwo was Interessantes? Oh. Sequenz. So, so. Da dürft ihr euch frei in meiner Stadt bewegen und ihr dankt es mir, indem ihr meine Beute stehlt und meine Männer tötet. Es ist meine Beute, Schnodderbart. Ihr und eure kleinen Mädchen habt sie nur für mich bewachen dürfen. Dieses kleine Mädchen wird euer Grinsen gleich in Grauen verwandeln. Aber ich grinse doch so gern. Ich brauch einen Bogen. So. Dann guck mal, was das so bei... Oh. Äh. Das funktioniert ja schon super hier. Fuck. Ähm. Müsst du auch... Ich. Ich. So, da brauchen wir noch... Ich kann's mir noch nicht merken. Das tut mir leid. Geht's jetzt los? Ja. Was ist das? Ne, aber da ist... Ah, hier geht die Post ab. Okay, alles klar. Verstanden. Hatte ich noch nicht mehr auf dem Schirm, die Jungs. Oh, Ratty. Äh. Man, ich kann's mir. Ja. Oh, aua, 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 aua. Auf damit. Ja, geht's dir gut. Ich glaube, ich brauche diesen Beschützer auf jeden Fall im Team. So, wie wir es vorher auch gemacht haben. Ich stehe zu eurer Füße. Das habt ihr ja nicht so mit... ...mitbekommen. So, jetzt, ähm... Ich will nochmal das drinnen. Äh, Ratty. Autschi. Wenn wir den mal so ein bisschen aus dem Nest rauslocken. Oh. Hör auf. Bis jetzt sieht's gut aus. So, den nächsten haben wir. Ziehen wir uns wieder einen. Mal gucken. Foxy ist ja auch mit dabei. Ich werde mich ihnen stellen. Einen Moment, Hübscher. Äh. Kommt da noch einer? Es wird einfach schneller gehen, wenn wir mitmachen würden, die Jungs. Sind wir uns da einig? Also, ich habe nichts dagegen, wenn die so gescriptet sind. Echt nicht. Kein Problem, aber... Aha. Einen wir. So. Wer kommt jetzt dran? Gehen wir mal ein bisschen näher hin, oder? Komm schon. Boah, der schmeißt den Arzt. Geht's dir gut? Hör auf. Ja, alles gut bei dir? Woran wartet ihr? Greif mich schon an! Ja, ja, viel haben wir nicht mehr, oder? Was kommt noch? Oh, hier liegt der eine Menge Zeug. So, was ist mit dir hier? Da kannst du auch noch mit. Also, irgendwas ist doch heute buggy, oder? Bist du noch da mit mir? Hm. Irgendwas ist doch heute nicht in Ordnung. Nicht wundern, ich schalte mal kurz nochmal den Controller aus. Vielleicht ist das auch das neue iOS. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr mit Controller gespielt. Was natürlich extrem ätzend wäre. Aber... Mal gucken. Kommt er wieder? Na? Ich ärgere mich. Oh, schon langsam nähern wir uns dem Ende dieses Kampfes. Oh, schon langsam nähern wir uns. So Das war Schnutterbart Da regnet's Kohle Schön, schön Und jetzt? Schnutterbart besiegt War das alles? So ein paar Wikinger, die ich hier Beseitigen muss vielleicht Fässer noch zu mitnehmen Aber ansonsten Müsste das gewesen sein, oder? Ah, da ist noch ein Wikinger Die müssen jetzt relativ schnell gehen Aber die Fässer mit Pfeil und Bogen abschießen Hm, ist nicht so Ja, genau Guts gehen Was haben denn die mit meiner Ratte? Mit meiner Schweine-Ratte Boah, schon wieder Die Älter wollen jetzt raus Aua Na komm jetzt Boah, jetzt nervst du mich Jetzt nervst du mich aber echt richtig Pass mal auf Witz Äh, genau Jetzt holen wir uns mal richtig Schotter hier Oh, oh Oh, oh Naja, gut Bisschen netter Versuch gewesen, aber Irgendwie Schweineratte hat der ja, sieht der ja gar kein Land Beschütze daumen, beschütze daumen, beschütze daumen So, jetzt wird Oh, ne neue Stufe, sehr schön Ja, das ist aber eher schlecht, die schnelleren da unten ist So, packen wir jetzt auch noch Ich Cool, cool, cool Aufsteigen So, hier haben wir denn zwei Desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten Eine hohe Geschicklichkeit erlaubt es dem Baden mehr Schaden mit Feinkampf Ja, richtig viel mehr reißt denn hier So, danke dafür Oxy Wo haben wir die Schweineratte? Was haben wir die immer? Ja Oh, 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 oh Nini, 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 du Hören wir den Kollegen da oben, bitte Na, so Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Speichern hoch Weil wir ja doch jetzt einiges geschafft haben So Ich möchte mich jetzt mal an so viel wie möglich mal kurz vorbeischleichen Wird mir nicht zu 100% gelingen gerade Aber ich kann mir doch sicherlich nochmal was abholen von diesen Dorfbrunnen Ja, jetzt geht's noch Okay Na, gibt's hier noch was? Nö Ihr könnt von Ja Ihr seid frei, flieht Da war auch nichts mehr, da waren wir ja schon Können wir quasi fünstern jetzt verlassen? Oder müssen wir alle Wikinger entsorgen, um dann noch vielleicht irgendwas freizuschalten Ach, nehmen wir die zwei jetzt einfach noch mit da oben da Hallo Oh Gott Weg, weg Na komm, so viel Akku ziehe ich jetzt auch nicht mehr So Eins Was Was mit euch rein da? Sie hat er auflösen Na komm Jetzt bin ich nach Hause So Dann holen wir sie wieder Die KI manchmal So Jetzt haben wir aber alle, oder? Kannst du nochmal zwischenspeichern Ja, das ist doch nett So Hier nochmal irgendwie Da war nichts mehr, ne? Das war Oder wie Das sitzt jetzt da der Bürgermeister Oder so Ne Okidoki Hm Dann schauen wir jetzt nochmal Weil jetzt ist eigentlich alles leer Ne Jetzt kann ich mehr vergessen Hm Hm Also Aha Manche sind selbst während einer Flut noch für den Regen dankbar Hab Dank, dass ihr das Rechte tut Und uns aus dem Unglück rettet, das ihr angerichtet habt Bekäme ich jedes Mal ein Silberstück, wenn jemand mir für etwas dankt, dann, dass ich mich nicht erinnere Ich wäre ein reicher Mann Heißt jetzt also Fitsch, oder was? Es heißt er Ihr seid also derjenige, der für all die Zerstörung Ich könnte ein wenig göttlichen Segen gebrauchen Nehmen wir mal ein großes mit Das ist schon nicht schlecht Ihr habt immer brav gespendet Daher habe ich ein Geschenk für euch Bier, Bier, Bier Bier, Bier, Bier Was kann ich damit? Ihr entschuldigt kurz Moment, es ist wie Äh Seid gegrüßt und herzlich willkommen Das Badenruf hat vernommen Hier seht, es gibt auch anderes Zeug So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss Ein Abo, hier unten, doch es ist ganz klar kein Muss Es freut mich, dass ihr noch da seid Wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid Ich weiß, ich weiß Was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruh'n? Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan Gebracht hat es nichts Gebracht hat es nur ein wenig spontan Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt Dann gebührt euch Respekt Und das ist ein Fakt Und vielen Dank Es erfreut mich sehr Schaut wieder vorbei Denn bald gibt es noch mehr Ein Däumchen nach oben Dann gibt's auch einen Kuss Jetzt wird der Blödsinn aber groß Also ist hier jetzt mal Schluss?